Transparente Sonne und Blendung Schutzsystem für Fenster Multifilm, der Schutz Der Kern eines Multifilmproduktes ist der Film, der eine besondere Eigenschaft hat, dass 88 bis 90 Prozent der Sonnenenergie reflektiert wird. Obwohl auf der gleichen Folie eine Durchsicht von nahezu 100 Prozent von innen nach außen stattfindet. Man kann das hier auch erkennen an diesem Beißbild. Das heißt, Sie haben hier von außen eine reflektierende Schicht. Das ist auch ein Rollo und von innen nach außen haben Sie eine freie Sicht. Das ist das Produkt. Das hat den Effekt, dass wir bis zu 35 Prozent Energie einsparen für Erkutischen. Dass wir Arbeitsplätze in Büros direkt am Fenster können auch genutzt werden. Die Menschen sehen dann auch an ihrem Bildschirm, haben keine Blendung, sondern sind blendfrei die Arbeitsplätze und deswegen auch viel mehr Bürofläche nutzbar. Wo normalerweise in einem Büro vielleicht jemand zwei Meter Abstand hält, an der Südseite des Gebäudes, vor dem Fenster, kann er in einem Büro mit Multifilm ausgestattet werden, kann er direkt am Fenster sitzen, arbeiten und blendfrei arbeiten. Die Besonderheit von Multifilm ist das modulare System. Das heißt, es gibt für jede Anwendung und für jede Situation unterschiedliche Komponenten, die wir dann individuell auch zusammensetzen und für den Kunden arrangieren. Das sind alles hochwertige metallische Produkte, die dann zusammen eben zu einer Gesamtinstallation führen mit Seitenführung auf beiden Seiten, sodass auch hier die Hitze nicht nach innen kommen kann. Und sehr langlebige technische Komponenten, Metall und auch die Motoren sind sehr hochwertig, sodass der Kunde für viele, viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich auch problemlos Sonnen- und Blendschutz hat. Die Resonanz ist sehr positiv, da sind wir froh darüber, weil wir das Problem lösen. Und natürlich heutzutage, in den Tagen, wo Energie immer teurer wird, können wir nachweislich und nachrechenbar 35% Energieeinsparung sicherstellen in einem normalen Bürogebäude. Und das macht natürlich bei den großen Temperaturen auch, die dann in Asien und im Mittleren Osten dann auch da vorherrschen, viel aus, wenn die Air Condition nur noch 30% weniger arbeiten muss. Und das macht natürlich auch, wenn die Air Condition nur noch 30% weniger als 30% weniger als 30% weniger als 30% weniger als 30%. Und das macht natürlich auch, wenn die Air Condition nur noch 30% weniger als 30% weniger als 30% weniger als 30%. Multifilm der Schutz Multifilm der Schutz Multifilm der Schutz